Paris, Rom, New York in den Ferien. Das wäre so schön. Vor vielen Jahren ist mal jemand in 80 Tagen um die Welt gereist. Heute würde man das schneller schaffen. Aber was kann man wirklich in den Ferien machen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jahr sind wir jedes Jahr nach Italien gefahren. Aber dieses Jahr müssen meine Eltern arbeiten. Meine Eltern haben einen Bauernhof. Wir können auch nicht losfahren. Wisst ihr was? Diese Ferien werden die tollsten, die wir je hatten. Warum? Ich spuck's aus. Weil wir ins Guinness Buch der Rekorde kommen. Yeah! Welchen Rekord wollen wir denn aufstellen? Also ich bin für Bankraub. Wir machen den größten Bankraub, den es jemals gab. Wir stehlen mehr Geld, als je einer gestohlen hat. Dann leben wir in Saus und Braus und trinken jeden Tag Champagner. Du bist wohl blöd. Weißt du, was dann mit uns passiert? Die Bullen schnappen uns, buchten uns ein und müssen bei Wasser und Brot leben und dem Steinbruch arbeiten. Da ist es ja noch schlimmer als in der Schule. Ich weiß was. Wir schnappen uns Papas Auto, steigen ein, fahren los und lassen uns mit 150 Sachen um Ort blitzen. Damit kommen wir bestimmt ins Guinness. Wir schnappen uns Papas Auto, steigen ein, fahren los und lassen uns mit 150 Sachen um Ort blitzen. Du bist wohl blöd. Weißt du, was dann mit uns passiert? Die Bullen schnappen uns, buchten uns ein und müssen bei Wasser und Brot leben und dem Steinbruch arbeiten. Da ist es ja noch schlimmer als in der Schule. Lass mal gucken, welche Rekorde da präsent. Hey, das ist mein Buch. Einmal reingucken kostet ein Euro. Du bist wohl bekloppt. Du kannst mal ein paar ins Maul bekriegen. Hey, was soll das? Aufer! Wenn wir einen Rekord erschaffen wollen, müssen wir zusammenhalten. Ich weiß was. Besseres. Wir stellen einen Rekord im Dauerküssen auf. Ja. Ihh, kannst du vergessen. Du machst bei dir nicht mal mit, wenn du noch so blöde Ideen hast. Beim Kirschkern Waldspucken beträgt der Weltrekord 21,71 Meter. Noch ein Zweier. Auch ein Zweier. Auch ein Zweier. Der War mal wieder. Auch ein zweier. Der War mal sehr. Auch ein Zweier. auch ein zweier. Der War mal wieder. Der War mal wieder. Dimmst das an. Ihr müsst euch nicht mehr ansteigen. Es fehlen noch acht Meter. Ah, aua. Was hast du denn? Ich habe ein Kirschkern ins Auge bekommen. Danke schön. Zeig mal her. Wir schaffen das einfach nicht. Lass uns das Anderes machen. Du bist auf dem Land. Sei ruhig. Der längste Fechtkampf in der Filmgeschichte dauert zwölf Minuten. Das können wir auf jeden Fall überbieten. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Ihr Flaschen, es hat nur noch eine Minute gefehlt. Seid ihr sicher, dass Rauchen eine gute Idee ist? Meine Mutter sagt immer, Rauchen ist ungesund. Ach, die Erwachsenen wollen allen immer den Spaß verderben. Was denn sonst? Der Rekord ins Schnellrauchen beträgt 70 Züge in 40 Sekunden. Ich fühle mich. Ich bin so schön. Hättet ihr auf mich gehört mit dem Dauerküssen? Dazu ist es noch nicht zu spät. Kann jemand diese blöde Kuh wegsperren? Wir stellen einen Rekord im Fall sitzen auf. Bäh, wie langweilig. Ja, dann lieber einen Rekord im Dauerküssen. Hör auf mit dem Mist. Das ist der ideale Job für Leon. Der schläft ja eh lange. So, sag mal, kannst du auch im Sitzen schlafen? Klar kann ich das. Ich kann das sogar auch im Stehen. Du musst jetzt genau 50 Tage dort oben sitzen bleiben. Das heißt, 50 Tage ohne Computer und Fernsehen? Mist. Was ist, wenn er Hunger hat? Wir bringen ihm alle drei Stunden was. Was ist, wenn er pinkeln muss? Was muss ich nochmal nachlesen? Und wenn er nach Angst hat und runterfällt? Dann hält eben halt einer Wache. Max kann auch Wache halten. Okay, das mache ich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ein Versuch noch, Leute. Denkt an den Ruhm und das Geld. Na gut, was schlägst du vor? Schokoküsse essen. Schokoküsse essen. Das haben wir noch nicht gemacht. Der Rekord von den Schokoküsse essen ist 15 Schokoküsse in 15 Sekunden. Das schaffen wir doch. Ja, das schaffen wir. Ja, ich nehme mir. Ich muss eine Hand voll nehmen. Ihr müsst schneller essen. Schneller essen. Ihr seid zu langsam. Mir ist voll übel. Ich habe schon 20 Stück gegessen. Mir auch. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Oh, weia. Da kommt mein großer Bruder Hans. Zapp, Gitter. Ein Feuerzeug. Her damit. Los, her damit jetzt. Her mit dem Feuerzeug. Her mit dem Feuerzeug. Her mit dem Feuerzeug hier jetzt. Was geht mir das Feuerzeug? Ich sage das alles Papa. Ich sage das alles Papa. Was habt ihr jetzt davon? Selber Schuld. Oh, oh, es fängt an zu regnen. Mist, ein Gewitter zieht aus. Was wird denn mit Leon? Der ist ja auf dem Fall. Wie denn? Leon. Leon. Was ist denn hier eigentlich los? Nichts. Alles noch. Wir spielen nur. Ja, genau. Hans hat mir erzählt, was hier los war. Geraucht habt ihr. Könnt ihr denn nichts als Unfug machen? Erst das schlechte Zeugnis und jetzt sowas? Nächstes Jahr machen wir das anders, mein Sohn. Dann kommst du auf eine Sommerschule. Dann kannst du ein bisschen Englisch pauken. Dann hast du nicht mehr so viel Zeit, um Blödsinn zu machen. Was ist das hier überhaupt? Ach. Das ist ja interessant. Das müsste man mal selber ausprobieren. Das müsste man mal selber ausprobieren. Das müsste man mal selber ausprobieren. Das müsste man sein, wenn man selber ausprobieren. Vielen Dank.